Hallo, mein Name ist Christian Hemmschemeier und ich bin Paartherapeut in Hamburg und dies ist mein Video-Newsletter mit dem Thema Dating, Liebe, Beziehung. Das Thema heute ist für sich einstehen bringt Respekt. Erstmal, warum ist Respekt so absolut wichtig in der Beziehung? Das hat einen ganz einfachen Grund, wenn der Partner einen nicht respektiert, kann er einen nicht lieben. Also das schließt sich komplett gegenseitig aus. Respekt ist die absolute Grundlage dafür, dass man wirklich jemanden liebt und was ich halt häufig sehe in meiner Praxis ist, dass Partner sich irgendwie respektlos behandeln, sei es verbal, irgendwelche Abfälligkeiten lassen, die Sachen machen, die dem anderen völlig über die Grenzen gehen und wo man halt sieht, ja okay, da ist zumindest in eine Richtung kein Respekt mehr da. Diejenigen wissen das eigentlich auch, das ist immer so ein wirklich haariger Moment, wo ich manchmal danach frage, sagen Sie mal, respektieren Sie Ihre Frau eigentlich noch, respektieren Sie Ihren Mann eigentlich noch und viele sind dann auch ehrlich und sagen, nee, ganz ehrlich gesagt, nein, was unter Umständen wirklich ein schockierender Moment dann für den Partner ist. Und eine Sache, die definitiv Respekt bringt oder auch einen Respekt verlieren lässt, ist die Frage, ob man für sich einsteht, was die eigenen Bedürfnisse angeht. Jetzt ist es natürlich so, man kriegt mit dem Partner ein Gesamtpaket, jeder hat so seine Macken und natürlich ist es gut, ja nicht immer an dem anderen rumzuzerren, mach dies nicht, mach das nicht, sondern irgendwie ja, zu versuchen, sich so zu lieben, wie man ist, also mit den Stärken und Schwächen. Aber irgendwann in langen Beziehungen zumindest wird es zu dem Punkt kommen, wo es so Sachen gibt, wo man einfach sagt, also beim besten Willen, damit kann ich nicht klarkommen. Also du machst da irgendwas, was weiß ich, du lügst mich an, du sagst, du tauschst keine Telefonnummern aus mit anderen Frauen, machst es aber doch. Oder ich habe dich gebeten, dies oder jenes unbedingt zu machen, du machst es aber nicht. Du hast mir versprochen, dass du unseren nächsten Urlaub planst, du machst es aber nicht. Ich habe dir definitiv gesagt, ich möchte ab dem und dem Alter Kinder haben, du bist jetzt keine, das finde ich nicht in Ordnung. Es gibt also Sachen, wo man eigentlich, ja, die so wichtig sind, so tief gehen, wo man eigentlich, ja, nicht drüber hinweg kann. Und dann ist es keine gute Idee, so das irgendwie zu verniedlichen oder runterzuschlucken oder zu denken, oh scheiße, wenn ich das jetzt sage, dann trennt er sich vielleicht und das will ich nicht und dann lasse ich es lieber. Weil wenn man wirklich Sachen, die einem wichtig sind und der Partner merkt, dass es einem das wichtig ist, wenn man die nicht wirklich mit Nachdruck verfolgt, sondern irgendwie, ja, den Hintern zusammenkneift und misslässt irgendwie, ja, führt das dazu, dass einen der Partner eigentlich im Grunde genommen nicht mehr respektiert und dann vielleicht auch komplett blöde Kommentare oder, ja, irgendwie abfällige Bemerkungen und wenn der andere das dann wieder akzeptiert, wieder nicht dagegen einschreitet, kann das so weitergehen und man bekommt dann irgendwann das, was man eigentlich nicht will, nämlich eine Trennung, weil, wie gesagt, wenn einen jemand schon nicht mehr respektiert, liebt er einen nicht mehr und wenn man nicht mehr geliebt wird, ja, dann fragt man sich natürlich irgendwann, warum sollen wir eigentlich noch zusammenbleiben? Also insofern ist es wichtig, so, wenn euch wirklich irgendwas total wichtig ist, das glasklar zu sagen und was dann häufig kommt als Problem ist dann, ja, ich habe es ja gesagt, aber es bringt nichts. Also muss ich einfach klar machen, eine Liebesbeziehung ist definitiv ein Ort, wo man Sachen aushandelt, wo man wirklich sagt, das und das ist für mich absolut zentral, da kann ich mal ein bisschen locker lassen, aber das brauche ich und es passiert einfach, es werden Sachen ausgehandelt und die beste Verhandlungsposition ist, wenn man, obwohl man den Partner vielleicht liebt über alles, wenn man nicht zu sehr in einer Beziehung hängt, also man sagt immer, die beste Verhandlungsposition ist, wenn man auch bereit ist, notfalls wegzugehen und nur dann hat man wirklich Nachdruck mit seinen Wünschen, wenn man sagt, ey, das ist für mich so wichtig zu meinem Leben zum Beispiel, gehört Ehrlichkeit, gehört dies, gehört jenes und der Partner es wirklich konsequent nicht macht, dann hat man eigentlich nur die eine Möglichkeit zu sagen, ey, das ist mir so wichtig und ich werde notfalls gehen, wenn du das nicht machst. Wenn man das nicht mal wirklich ausprobiert hat und man sollte es natürlich nur sagen, wenn man es auch wirklich so meint und auch wirklich bereit wäre, das notfalls zu machen, also wenn man auf so eine Art nie mal für sich eingestanden hat, dann weiß man wahrscheinlich gar nicht, wie viel Spielraum man wirklich hat in der Beziehung, was der Partner wirklich alles für einen tun würde, wenn man es nur wirklich mit Nachdruck einbringt. Also man wirklich auf diese Art klar sagt, was man eigentlich gern möchte, führt es auf jeden Fall zu einem, nämlich, dass der Partner einen respektiert, weil er sieht, hey, mein Partner steht für sich ein, der liebt sich so sehr selbst, dass er wirklich auf sich achtet, auf seine Grenzen achtet und selbst, wenn man vielleicht inhaltlich nicht übereinstimmt, wird man immer sagen, okay, das finde ich klasse, das schätze ich an dir und das macht dich auch irgendwie attraktiv und führt natürlich auch letztendlich dazu, dass man eher das kriegt, was man sich wirklich so sehnlichst wünscht. Und wenn man es absolut nicht kriegt und wirklich notfalls sagt, okay, dann muss ich gehen, ist es eigentlich eine Win-Win-Situation, weil dann habt ihr wirklich die Chance, es woanders zu kriegen. Ja, wenn Ihnen dieses Video gefällt, teilen oder liken Sie es gerne. Sie können Fragen stellen an fragen.eheberatung.info, auf www.eheberatung.info können Sie auch Termine abmachen in meiner Praxis oder per Skype oder E-Mail-Beratung. Es gibt Infos zu meinen Ausbildungen in Hamburg und Berlin und es gibt auch eine App in App Store mit dem Namen Paarberatung. Sie werden bald wiedersehen.